Ich kann's gleich Ich bin das beste Kind von allen Du Meine Mutter darf sich glücklich schätzen, mich hierhin so rum zu nennen Wurzeln Was? Dann hört sie, dass er geklatscht ist So kann ich da Ja Deswegen ist er auch so laut Ja Jetzt ist er mutig, der Junge Äh, wie macht man das? Wenn das Ding noch so funktioniert Mit Ja komm, ich schmeiß ihn da drunter Vier Blöcken und ein Goldblock Machst du schon So, ich hab wieder genug Leben Minecraft? Leben Nee 585.000 Oh mein Gott, hier bin ich schon Hast du eigentlich schon ne Idee, wo wir dann den Portalraum hinsetzen? Keine Ahnung Benni, darfst du was testen bei dir? Nein Geht es darum, dass ich, dass du mich tötest? Lebe ich danach noch? Ich weiß nicht, ob du danach lebst W-w-wär so meine Frage Nein Tu mich nicht Du weißt ja noch nicht, deswegen will ich das ja testen Will ich Also normalerweise überlebt man mit Power 5, äh, mit einem halben Herz T-t-testen Testen Pass auf, pass auf Mit deiner ganzen, mit deiner ganzen Ehrlichkeit glaubst du, dass ich überlebe? Ja Ich hab WTF gefragt Ja Ja Also ein Power 5 überlebt man mit einem halben Herz eigentlich Ja, ehrlich mal und du hast ein Restaurant vielleicht Nein Funktioniert nicht, das Rezept Oh, shut up Oder das ein Rezept ist, äh? Vielleicht ist das Rezept auch ausgeschaltet Oder das Rezept hat sich geändert So, ich brauch nur noch einen Pressurized with cottonweed oder so Von den Link-Modifier Brauchst du eine? Pressured? Oder was? Ja, einen Hast du welche? Na klar, ich hab mehrere Oh, Black Ich muss grad den Neues im E Was für das sauber machen DIGA Baubeutel, Bienenbeutel Hör mal auf, du hast mir eineinhalb hättchen Schaden gemacht Ja? Ja Eine Pressured Nice Hier Dankeschön Guck Deshalb ich Elchemaire Geh weg von mir Ich muss grad das ME neu machen Ich? Ja, du Denk nichts Ne? Modifier Nicht nochmal Ich würde Zendus auch nicht töten Ach, das geht schon Uuuh Der Pogen ist voll geil, der hat zwei verschiedene Modis, einmal Modi, du kannst nicht die Mehrzahl vor einer Mehrzahl bilden, das ist ein Modis, 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 das sind Modis, Modis, einmal Dingens und Zoom und einmal hat er noch Dingens, Rapid Fire, Dingens und Dingens, und noch Dingens? Und noch Dingens! Mensch Mensch Mensch, ist ja schon ein krasses Ding. Dingens hat er noch mehr... Mit Dingens kannst du vaster Dingens machen. Naja, ja klar, bist ja auch garnicht ne, Coolant-Port Coolant-Port Kann man so'n Schaden haben, ne? Und ein Turbinen-Fluid-Port Glaube ich zumindest. Flash, weißt du, wie das Teil heißt? Wo man Dampf in die Turbine reinmacht? Darf ich das nicht weg? Was? Äh, sind alles Access-Port, coolant-Points Warte mal Habt ihr hier nicht verstanden Von wo nach wo, was willst du denn reinpumpen? Äh, Dampf rein Dann brauchst du dir die Turbinen-Fluid-Port Okay Dann brauch ich noch Reaktor Und vom Reaktor brauchst du ja die, äh, Coolant-Ports Ja, das weiß ich noch Sag mal so, wenn das Rezept nicht Funktioniert, dann hol ich den so Äh, wir haben zwei Stück, kann ich mir einen davon nehmen? Demodifier Was denn, was denn, was denn? Coolant-Port Ja, zwei Stück noch Ja, dann nimm die So Was willst du nehmen, Centros? Den Linkmodifier Den Linkmodifier Ja, wenn's nicht geht, dann gehts nicht Reaktor coolant fort Ach man immer diese scheiß botanien pflanzen Keine gelbe Farbe mehr So Ach das geht Heizmaulspiel Ich hab auch nichts mehr zu trinken und es ist piss warm hier So richtig schmuggelig Und es hat zwischendurch schon geregnet bei uns Ja aber uns hat es mal so kurz versucht zu regnen Ja und dann wird es so richtig druckend Ja Ich bin richtig schwul Ja richtig Mathelehrerin bei uns an der Schule ist Russin Kommt rein Kinder ist noch wenig drauf So schwul hier drin Das ist eine Hast dich gleich mit angefreundet ne Die ist richtig geil Aber so richtig So richtig nice So richtig nice So richtig nice Inga Glaube ich Neue tollen komischen Ports Irgendwas Anyway anywhere anyhow Ja Und dann Oh Wut 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 So sieht doch gleich hier schön aus Was Wut Was Wut Dann mach ich ne Void World jetzt und da tun wir die dann einfach hin. Dass wenn die Empfehlung etwas weiter ist, dass wir die dann da reinstellen in die Gingbox. Okay. Kann man auch machen. Ich lass ihn in meiner Pocket. Was ist denn da nochmal angeschlossen? Mit Flat World sollte das funktionieren so. So. Zack, zack, ich frage mich runter, ob ne Festplatte drin war. Ich weiß nicht. So wie wir das schon mal gemacht hatten, wo wir das andere Matpack genutzt. Warum Reaktor offline? Die Anu-Stück. So in der Müll jetzt? Weiß ich nicht. Das sind die Dinger. Scheiße. Zack. Das muss nur noch mit den Festplatten verbunden werden in grün. Arbeitsverweigerung ey. Opferdinger. Aua. Grün. 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 Ich hab grüne Farbe gemacht. Was? Grüne Farbe. Ja. Oh mein Gott! Look at her butt. Look at her butt. Bats. 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 Bats! Ähm Ah, geht geht Es laggt gerade etwas Ja? Ja Ach Quatsch! Ich hab so'n Gefühl, ich weiß warum Warum? Warum? Ich könnte es lag gar nicht Doch, warum meine Anbindung ist grad so richtig geil Ja, deswegen vielleicht Wir haben zu chillen aber ein paar Äh LOL Warum sind die an? Oh, ich krieg gerade so richtig schöne creepy Geräusche Hast du den, äh Dingens schon ausgemacht, den Schalter? Den Schalter Also nicht Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas ist hier in der Wand Kannst du vielleicht den hier nehmen, danke Ich weiß gerade nicht was meine Ich weiß gerade nicht was meine Na ja, ja Pech gehabt Es ist super an Bindukai, ja Ah ja Dafür eigentlich noch eins Und jetzt Und jetzt ist die Essenz auch mal leer endlich Tak Tatsch So ne halbe Ewigkeit, bis man diese Mobsbunner ausmachen kann Ohhhh Nur ne halbe Ja Halbe Ewigkeit Boah, ich brauch dringend Speedrunes Ich glaub ich mach mal eben Und noch viel weiter Speedrunes Speedrunes Hoffen wir mal, dass die Welt auch ordentlich wer hat Hehehe Oh, okay Was war der letzte denn? Cool Und jetzt machen wir bitte wieder die Dingens an Die letzte? Ja Und? Alter, was ist das für ne Fick-Anbindung gerade? Ich krieg nen Anfang Fast so ne tolle Anbindung wie ich Mensch, Mensch, Mensch Richtig creepy W-WTF würdest du kurz mal herkommen? Nein Seid ihr bereit, dass das jetzt lecken wird? Nein Ich tu ihm Discrack Black, da ist ein Schalter neben dem Altar aufm Boden Ja Mach mal Hat er über pingen, warum? Keine Ahnung Warte Hab ich doch grad gesagt Ja ja Ich tu einfach mal PC neu starten Kommt sofort wieder